Tiger soll für dich lösen Hier geht es um lineare Gleichungen mit einer Unbekannten. Das Endergebnis lautet x gleich 2. Lösen wir es Schritt für Schritt. Gruppiere alle x-Terme auf der linken Seite der Gleichung. Addiere 4x zu beiden Seiten. Sammeln ähnlicher Terme Vereinfache den Ausdruck Sammeln ähnlicher Terme Vereinfache den Ausdruck Gruppiere alle Konstanten auf der rechten Seite der Gleichung. Addiere 13 zu beiden Seiten. Vereinfache den Ausdruck Isoliere x Dividiere beide Seiten der Gleichung durch 9. Vereinfachen des Bruchs Ermitteln des GGT des Zählers und des Nenners Faktores ihr und kürze den größten gemeinsamen Teiler. Somit ist das Endergebnis x gleich 2. Bis zum nächsten Mal. Verinhas D fab adorent Dab 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 Vielen Dank.